Adhere ist ein revolutionäres Hörsystem. Es ist eine einfache und schonende Lösung für Menschen mit Hörverlust. Die Anbringung des Systems ist einfach. Die Positionierungshilfe kann Sie dabei unterstützen, die richtige Position zu finden. Legen Sie den Klebeadapter in die Aussparung der Positionierungshilfe und entfernen Sie die Schutzfolie. Streichen Sie die Haare aus dem Befestigungsbereich. Die Positionierungshilfe soll die Ohrmuschel leicht berühren. Drücken Sie die Hilfe nach unten und entfernen Sie diese anschließend. Drücken Sie den Klebeadapter nochmals kräftig an und platzieren Sie den Adhere Audio Prozessor darauf. kein Grund alpha-Schilfe. Psalm Michael